Die wichtigsten Mythen und Thesen im Social Media Marketing im Jahr 2021. Das ist ein entspannendes und interessantes Thema und damit ich das nicht ganz alleine machen muss, habe ich mir Verstärkung geholt, den Felix Beilharz, einer der wichtigsten Social Media Berater oder bekanntesten und interessantesten Social Media Berater, was kann ich noch über dich erzählen, in Deutschland. Und wir beiden setzen uns mit den Mythen zum Thema Social Media auseinander. Felix, steig erst mal kurz ein und erzähl noch mal kurz was über dich. Warum bist du der richtige Mann für dieses Thema? Genau, ich mache das Thema jetzt seit 20 Jahren unter Marketing, Social Media, seit es eben das gibt, so seit 13, 14 Jahren. Dazu jetzt 10 Bücher geschrieben, dazu zwei auch mit dir gemeinsam, die ersten beiden. Und ja, mache das Thema schon recht lange und bin, glaube ich, recht tief im Thema drin. Genau, wer ein bisschen was über Antiquitäten wissen möchte, im Social Media Bereich kann mal unser gemeinsames Social Media Buch sich zu dem Mythen für uns 2005. Das war eines der ersten damals. Ja, genau, da waren da echt innovativ. Und ja, jetzt 2021, jetzt machen wir nicht ein Buch, sondern wir unterhalten uns hier über diese Mythen im Video. Fangen wir doch mal mit dem ersten an. Felix, ich höre immer wieder, Facebook ist tot. Was sagst du dazu? Das ist mein Lieblingsmythos, Facebook ist tot. Ich habe das mal gegoogelt neulich, wie lange es diesen Mythos schon gibt. Das erste Mal taucht es auf, belegt bei Google 2007. Da war Facebook irgendwie zwei Jahre alt oder so. Da war es schon tot. Und seitdem gibt es dauerneue Aussagen dazu. Fakt ist, Facebook wächst nach wie vor, was Userzahlen angeht, was Gewinn angeht, was Reichweite angeht. Facebook ist nach wie vor sehr lebendig. Ich habe meine Aktien von Facebook verkauft vor vier Jahren. Ich dachte auch, tot, vorbei. Jetzt sind sie eine Billiarde wert oder was. Also, naja, nicht mehr in Aktien, aber Facebook. Von daher, nein. Facebook ist halt nicht mehr in, nicht mehr hip. Das heißt, ich vergleiche mal ein bisschen so Instagram, TikTok. Das ist so das irgendwie Chia-Avocado-Sandwich, das man so allen zeigen muss, mit dem man hausieren geht. Und Facebook ist halt so die Stulle mit Butter drauf und Leberwurst. Das isst man halt so, aber das erzählt man jetzt keinem groß weiter. Facebook ist halt wie die E-Mail. Das hat man, aber es ist nicht mehr angesagt sozusagen. Es ist halt einfach da. Aber tot ist es nicht. Tot ist es nicht, ne? Das heißt, also zu diesem Mythos können wir mit unserem Dimmendaumen eindeutig sagen, das ist Quatsch. Es gibt einen zweiten Mythos, der mich schon lange auch bewegt, weil ich dazu auch schon ein Buch geschrieben habe, 2014 oder so. Und zwar, Social Media ist nix für B2B. Ist ja nur für so bunte Bildchen irgendwie und nur für schnell drehende Produkte. Nix für B2B. Was ist damit? Ja, das ist auch ein spannendes Thema, wenn man im B2B-Kontext unterwegs ist und man sagt den Leuten, was macht ihr denn bei Social Media? Ja, da sagen ganz viele, ja, um Mitarbeiter zu gewinnen. Aber so richtig läuft das auch nicht. Ja, und viele denken ja dann bei Social Media immer nur an Facebook, Instagram und Co. Und klar, das sind Kanäle natürlich, die primär jetzt erstmal vermeintlich für B2C-Unternehmen sind. Aber wir sehen das halt ein bisschen anders. Die ganzen Social Media Kanäle haben nämlich einen elementaren Vorteil, dass ich nämlich Zielgruppen extrem gut targetieren kann. Und ich kann halt eben auch als B2B-Unternehmen Menschen dort erreichen. Dann wird zwar immer gesagt, ja, der ist ja bei Facebook unterwegs im privaten Kontext. Aber das stimmt ja gar nicht, sondern er benutzt diese Kanäle ja auch auf der Messe oder sonst wo. Das heißt also, ich kann Menschen auch in ihrem beruflichen Kontext in den Social Media Kanälen sehr, sehr gut erreichen. Und die intensive Nutzung von Kanälen wie LinkedIn und Xing zeigt halt eben auch, dass ich auch als Unternehmen nicht nur für Recruiting und Employer Branding, sondern tatsächlich auch für reales Marketing und Kommunikation sehr gut nutzen kann. Deswegen, was ist unser Fazit zu dem? Ist auch Quatsch. Auch Quatsch. Also auch hier, das ist ein Mythos, der totaler Quatsch ist. Kommen wir zu Nummer 3. Man braucht keine Webseite mehr, weil es ja Instagram gibt. Ja, da muss man sagen, es gibt durchaus Fälle, die machen nur Instagram und das läuft auch ganz gut bei denen. Also Bestellungen, alles über Instagram, da wollen die ja auch hin, die Kanäle. Die wollen ja so ein In-App-Checkout hinkriegen, dass ich bei Instagram ein Produkt entdecke, mir anschaue und auch kaufe und auch bezahle, alles über Instagram. Das mag es durchaus geben, hat aber den Nachteil, dass ich mich völlig dem Kanal unterwerfe. Das heißt, ich bin komplett bei Instagram, wenn die was ändern, irgendein Rädchen drehen in Silicon Valley, ist halt bei mir der Umsatz weg. Irgendwie, das wäre halt ein bisschen gefährlich. Deswegen ist eine Webseite immer noch nach wie vor, macht mich unabhängig von einem einzelnen Kanal, gibt mir Nachhaltigkeit, über Google-Auffindbarkeit. Also hat viele, viele andere Vorteile. Ich würde mein Unternehmen nicht auf einem Fremdkanal komplett aufbauen. Das soll ein Kanal sein, aber nicht der einzige Kanal halte ich für gefährlich. Von daher auch das würde ich sagen, ist schwierig. Wieder meinen Daumen. Eher nach unten. Genau, eher nach unten. Es mag Fälle geben, wo man sagt, damit komme ich zurecht, das reicht mir, aber wir haben ein Professionalsgeschäft anders. Nummer vier, Social Media ist ja zum Glück kostenlos, deswegen können wir es ja gratis machen. Ist das so? Ja, das ist ja das süße Gift von Social Media. Also da fallen ja alle drauf rein. Ich muss gestehen, ich bin da am Anfang auch drauf reingefallen und gesagt, endlich, endlich eigene Reichweite. Kost nix, kannst du machen, wie du willst. Ja, dann hat man das gemacht und wie du das gerade auch schon gesagt hast, dann dreht da halt eben in Kalifornien einer bei Facebook das Rädchen und sagt, ja, schön, dass du deine Reichweite halt eben jetzt nicht mehr kostenlos bekommst, weil ich ein amerikanisches, börsennotiertes, erfolgsorientiertes Unternehmen bin, also kaufst du das jetzt. Grundsätzlich muss man immer davon ausgehen, Social Media, die Kanäle einzurichten, kostet Zeit. Zeit ist dann immer Geld, ja, und wenn man halt eben solche Kanäle regelmäßig bespielen möchte, dann wird das auch relativ schnell intensiv und teurer, insbesondere wenn ich halt eben Live-Kommunikation dort machen möchte. Das heißt also, ich werde nicht drum herum kommen, A, Manpower, Frau Power zur Verfügung zu stellen, was im Zweifelsfalle dann halt eben was kostet. B, brauche ich häufig auch noch Tools und Dienstleister, die da dran sind. Und ich darf nicht vergessen, ich muss mir manchmal halt eben doch, und das hat auch zugenommen in den Social Media Kanälen, die Reichweite über Ads kaufen. Und dann ist es halt eben nicht mehr kostenlos. Es ist immer noch günstig im Vergleich zu anderen Kanälen, aber nicht kostenlos. Ja, definitiv. Deswegen also auch hier wieder meinen Daumen, auch ein Mythos, der nicht funktioniert. Mit einem Social Media Funnel kann jeder erfolgreich sein. Das sehen wir ja momentan, überall gibt es das. Jetzt, jung, schnell, reich, hektisch, mit Ferrari und ganz viel Geld. Genau, also vor allem schnell muss das gehen. Heute auf morgen muss das irgendwie funktionieren. Also erstmal, die Aussage ist, mit Social Media Funnel kann jeder erfolgreich sein, ist so eine pauschale Aussage. Weil jeder stimmt irgendwie nie und so und von daher, es gibt Branchen, da funktioniert es extrem gut. Andere funktioniert es nicht ganz so gut, manche noch schlechter, aber jedem tut es immer irgendwie. Allerdings bin ich der Meinung, dass Social Media Funnel nicht immer das alleinseligmachende ist. Gerade B2B zum Beispiel. Da hat Social Media vielleicht so die Berechtigung im Bereich Bekanntheit aufbauen oder Expertenpositionierung oder Pressearbeit und so weiter. Aber es deckt nicht alles ab. Schon gar nicht hinter einem Verkauf dann. Das heißt, ich kann versuchen, über Social Media Leads zu generieren. Wunderbar. Und dann die mit dem Telefon oder E-Mail oder Vertrieb oder wie auch immer nachzufassen. Das heißt, dann habe ich den Funnel erweitert auf andere Kanäle. Das ist dann sinnvoller. Also von daher glaube ich, ein reiner Social Media Funnel, der nur Social Media umfasst, das eignet sich nicht für jeden und für jede Branche. Aber Social Media als Bestandteil in meinem gesamten Funnel, in meiner gesamten Kampagne, das auf jeden Fall. Also auch hier der Mythos, das reicht für jeden aus und jeder kann damit erfolgreich sein. Das würde ich nicht so unterstreichen. Also auch hier auf das Thema, auf Mythos sollte man nicht unbedingt reinfallen. Jetzt haben wir ja schon mal fünf Stück hier vorgestellt. Damit das jetzt hier auch nicht zu sehr ausführt, haben wir uns noch weitere fünf Mythen damit auseinandergesetzt. Insbesondere in das ganze Thema Influencer-Marketing hinein. Und sollte Sie das interessieren, würden wir uns freuen, wenn Sie auch unser Video Nr. 2 sich zu den Mythen des Social Medias im Jahr 2021 anschauen würden. Und vielleicht hier einen Like hinterlassen und unseren Kanal abonnieren, weil es gibt einen Teil 2 mit Felix Beilatz. Auf jeden Fall. Dankeschön. Danke. Danke.